Hallo liebe Jungs und Mädels, liebe Eltern, da wir die Fußball-Trainings ja in unserem Programm nicht draußen stattfinden lassen können, wollen wir euch Aufgaben für zu Hause geben. Dazu wollen wir Challenges anbieten, die ihr versucht einfach zu schlagen, zu Hause zu üben. Wichtig ist dabei, dass ihr es alleine zu Hause macht, keinen Kompress einladen oder sowas. Wir sollen ja wirklich auch alleine bleiben, Kontakt vermeiden. Also geben wir euch Aufgaben vor, ihr versucht sie zu Hause umzusetzen. Am besten ist dazu, ihr bildet WhatsApp-Gruppen mit euren Freunden oder mit euren Teams und postet dann rein und schaut, wer zum Beispiel der Schnellste war oder wer es am besten gemacht hat. Eure besten Videos schickt ihr dann einfach an uns. Wir bewerten dann, wer es am technisch schönsten und am schnellsten gemacht hat. Der Tagessieger wird bis 18 Uhr ermittelt. Wer dann der Tagessieger ist, bekommt eine Krone und am Ende der Zeit, das heißt dann, wenn die Schule wieder aufmachen, bewerten wir, wer die meisten Kronen von euch gewonnen hat. Die besten drei erhalten von uns, Gutscheine für einzelne Trainings. Und jetzt geht los und habt richtig Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020